hi leute herzlich willkommen hier auf meinem channel und herzlich willkommen zu einer weiteren folge lust auf stream ja wir bleiben im bereich horror krusel film denn heute geht es um einen relativ aktuellen film der vor knapp neun monaten noch im kino lief und jetzt schon gratis auf netflix verfügbar ist es geht um scary stories to tell in the dark ein film auf den ich mich damals wirklich gefreut habe der trailer hat mir richtig gut gefallen und ich hatte lust drauf den film im kino zu sichten zeitlich hat das ganze leider dann doch nicht hingehauen ich konnte den film doch nicht im kino sichten wollte dann bis aufs heimkino release warten aber in der zwischenzeit waren die kritiken dann so durchwachsen dass der film erst mal auf die watchlist bei amazon gewandert ist dort geriet er dann leider auch etwas schnell in vergessenheit bis ich dann vor knapp einer woche eineinhalb wochen auf netflix gesehen habe dass sie den film ins programm aufnehmen dort habe ich den film dann relativ zügig gesichtet und kann jetzt hier dieses video präsentieren ja der film wurde von dem norwegischen regisseur andré of redal inszeniert der unter anderem auch schon filme wie troll hunter oder die autopsie der jane doe inszeniert hat und gerade jane doe hat mir damals richtig gut gefallen atmosphärischer schöner knackiger grusel film den kann ich auf jeden fall empfehlen den gibt es auch mittlerweile glaube ich auch gratis im streaming bereich ich glaube bei amazon prime aber um diesen film soll es nicht gehen heute geht es um scary stories und andré of redal wurde beim skript von keinem geringeren unterstützt als gelermo del toro dieser hat das skript die geschichte unter anderem auch dazu beigetragen hat sich selbst aber an einer dreiteiligen buchreihe bedient in der es über 80 kurzgeschichten gibt und von diesen über 80 geschichten haben es fünf stück am ende in den fertigen film geschafft das wirft natürlich den gedanken auf dass man doch noch genug stoff für eine fortsetzung vorhanden hat und tatsächlich eine fortsetzung wurde bestätigt ja hier werden wohl dasselbe regisseur und auch gelermo del toro wieder die finger mit im spiel haben und auch teil 1 hat schon so ein bisschen am ende des films den weg für eine fortsetzung geebnet dass eine fortsetzung kommt das liegt wohl auch daran dass der erste teil knapp 25 millionen dollar gekostet hat und knapp 105 millionen wieder eingespielt hat also ein relativ guter erfolg an den kinokassen ich persönlich freue mich schon enorm auf teil zwei das muss ich hier ehrlich gestehen muss aber fairerweise trotzdem sagen dass meine erwartungen an teil 1 nicht ganz erfüllt wurden aber woran liegt das das liegt wohl vielleicht daran dass meine erwartungen die falschen waren denn ich habe so ein bisschen düsteren ernsthaften erwachsenen horrorfilm erwartet aber der film geht genau in eine andere richtung denn man wollte hier nicht diesen ernsten erwachsenen horrorfilm der vielleicht sogar das hauptaugenmerk auf visuelle gewalt legt nein der regisseur wollte hier so eine art familientauglichen gruselfilm produzieren es wurde gezielt auf ein pg 13 hingearbeitet und pg 13 das bedeutet bei den amerikanern beziehungsweise in den usa so viel wie hey eltern passt auf dieser film ist eventuell nicht für kinder und jugendliche unter 13 jahren geeignet das heißt ab 13 jahren darf man den film schon im kino sehen man könnte das mit der deutschen fsk 12 ein wenig vergleichen aber in deutschland ist der film ab 16 jahren freigegeben und hier muss ich ganz ehrlich sagen hier hätte man auch im auge zudrücken können ja und hätte den film eventuell ab zwölf jahren freigeben können ja und worum geht es in scary stories to tell in the dark natürlich wir haben wieder eine gruppe von teenagern eine kleine clique die angeführt wird von der jungen stella sie sind so ein bisschen die außenseiter in ihrem viertel aber man hat eine enge bindung freundschaft und zusammenhalt wird groß geschrieben wir befinden uns am ende der 60er jahre und die kids da die erfreuen sich einfach an den kleinen dingen im leben ja es ist die nacht zu halloween man freut sich einfach darauf sein kostüm anzuziehen bisschen um die häuser zu ziehen ja und vielleicht ein paar süßigkeiten einzuheimsen wo aber die guten teenager sind da sind natürlich die bösen teenager nicht weit man hat noch eine gruppe von raufbolden die angeführt werden von tommy ja sie sind auch ein bisschen älter als die clique rund um stella und sie machen der clique immer so ein bisschen das leben schwer und jedes jahr an halloween stehlen tommy und seine leute stella und ihren freunden die süßigkeiten doch dieses jahr will stella sich das nicht gefallen lassen sie schmieden einen plan sie präparieren eine tüte mit süßigkeiten mit allerlei ekligen dingen ja die auch gut riechen ja und tommy fährt mit dem auto an den kids vorbei und aus dem fenster heraus krallen sie sich den beutel mit den süßigkeiten ja fortan haben sie den ganzen mist im auto verteilt ja und sind natürlich nicht darüber erfreut sie wenden den wagen wollen die kids zur rede stellen doch diese sind noch lange nicht fertig denn sie zünden einen beutel mit fäkalien an und werfen den in das brennende auto ja der beutel fliegt direkt in den schoß von tommy hinein der klopft wie wild auf diesem beutel herum will das feuer natürlich löschen und baut dabei einen unfall und hat im wahrsten sinne des wortes die hände voll mit scheiße er ist natürlich wütend ja und stürmt aus dem auto heraus er jagt die kids quer durch die stadt und die landen dann irgendwann an einem alten verlassenen haus und über dieses haus gibt es schon seit langem gruselige geschichten die erzählt werden die kids verstecken sich in diesem haus tommy findet sie natürlich und schließt sie in diesem haus ein den kids bleibt nichts anderes übrig als erstmal dort zu verweilen und im keller finden sie dann ein geheimnisvolles altes buch welches mal einer sarah gehörte die wohl vor über 100 jahren in diesem haus gelebt hat sarah hatte übernatürliche kräfte übernatürliche fähigkeiten mit denen die familie von sarah nicht klar gekommen sind weshalb sie sarah jahrelang im keller eingeschlossen haben ja das ging dann so weit dass sarah sich irgendwann das leben nahm aber der geist von sarah schwört immer noch umher und sind auf rache weil sie in den suizid getrieben wurde und auch das buch von sarah ist verflucht es kann die gedanken von anderen menschen wahrnehmen jetzt sind die kids in diesem haus eingeschlossen aber natürlich kommen sie irgendwann wieder daraus und sie nehmen das buch mit und von da an passiert es ja auf mysteriöse art und weise sterben oder verschwinden jugendliche die an diesem abend mit dem buch oder dem haus in kontakt standen das buch fängt von selbst an geschichten zu schreiben in denen die jugendlichen erwähnt werden ja und in diesen geschichten da lässt das buch die schlimmsten albträume der kids wahr werden nun geht es ums überleben und darum das geheimnis rund um sarah und dieses buch zu lüften die geschichte klingt doch relativ interessant und bietet einen soliden grundstoff um einen schönen gruselfilm zu inszenieren und tatsächlich wenn man dieses pg 13 im hinterkopf behält und beachtet was dieser film sein will dann macht er seine sache wirklich gut und kann unterhalten ja der film hat eine solide grundstimmung er hat eine coole atmosphäre dieser flair der charme der 60er 70er wird sehr gut eingefangen diese kurzgeschichten die in den film integriert sind die sind auch relativ interessant gestaltet auch die monster sind von der grundidee wirklich gut die kinder darsteller sind auch gut gewählt man hat nie so das gefühl dass sie hier fehlbesetzt sind das alles macht wirklich spaß und kann für einen netten filmabend garantieren aber natürlich haben wir auch ein zwei negativpunkte und damit meine ich jetzt nicht dass ich mit den falschen erwartungen an den film herangegangen bin das natürlich auch ein klein wenig es fließt so ein bisschen mit ein weil das hauptproblem ist für mich tatsächlich dieses pg 13 ja man merkt dass in vielen szenarien dass man ihn zwanghaft auf dieses pg 13 treiben wollte ja man hat so viele szenen die nicht wirklich wirken ich denke wenn man den film wirklich ein bisschen mehr für erwachsene gemacht hätte dann wäre besser geworden ja dann hätte er noch besser unterhalten können ja und dann haben wir halt auch diese monster die von der grundidee wirklich cool sind aber im großen und ganzen doch schlecht umgesetzt auf mich als erwachsener der schon viele horror filme gesehen hat wirken diese gestalten nicht wirklich gruselig sie wirken sogar zum teil unfreiwillig komisch das liegt wohl auch an diesem pg 13 man wollte es nicht zu creepy machen dazu kommt dass man hier auch wieder cgi benutzt hatten bei vielen horrorfilmen ist es einfach so dass cgi meistens nicht gut aussieht aussieht ja und auch die kreaturen ein bisschen unglaubwürdig und lame macht ja so war es damals schon bei annabelle 3 da gab es ein zwei figuren die ich ein bisschen öde fand so war es auch schon bei dem s remix mit diesen digitalen monstern die mich ein bisschen abgefuckt haben ja muss ich jetzt ehrlich sagen ja und so ist es auch hier bei scary stories das cgi sieht nicht immer gut aus es macht den film ein bisschen lame und die monster wirken halt nicht so gruselig und so ist es auch bei den szenen wie die jugendlichen verschwinden oder sterben ja man hat nicht immer so dieses gefühl okay das passt nein da fehlt immer so ein bisschen was ja das ist alles so ein bisschen zu lasch inszeniert wie diese opfer dann ihrem täter in die falle gehen sage ich mal den monster in die falle gehen ja das ist alles so ein bisschen lasch inszeniert und da fehlt dann auch so ein bisschen der pfiff bei diesen szenarien und das hat das ganze seherlebnis auch ein klein bisschen getrübt obwohl ich sagen muss dass ich trotzdem spaß mit dem film hatte wie gesagt das sind so kleine faktoren wenn man den film ein bisschen düsterer und ernster gemacht hätte wäre das dem film denke ich zugute gekommen aber trotzdem mit dem pg 13 im hinterkopf da hatte ich dann doch meinen spaß der film war solide wie gesagt gerade dieser flair dieser charm der 60er 70er hat mich gut unterhalten die grundstimmung vom film war richtig cool gewesen da hat vieles gepasst man merkt halt dass der regisseur schon ahnung davon hat was er macht auch gerade mit jane doe hat er ja bewiesen dass er wirklich coole gruselfilme machen kann aber hier gibt es deshalb bei scary stories so einen kleinen abzug ja ich freue mich zwar auf teil zwei möchte dennoch im kino sichten ich hoffe auch dass ich es diesmal schaffe ja aber teil 1 hat mich nicht auf jeder linie überzeugt und deshalb gibt es ein paar kleine punktabzüge und der film bekommt 3,5 von fünf punkten ja ich muss sagen ich bin froh dass ich den film nicht blind bei release für 15 euro auf blu-ray gekauft habe dass ich gewartet habe ja die 15 euro ist da meiner meinung nach nicht wert aber wenn ihr netflix habt ja und einen schönen kleinen seichten gruselfilm gucken wollt ja dann schaut euch auf jeden fall scary stories to tell in the dark an gerade wegen der atmosphäre und der inszenierung da war doch schon recht gut gemacht ja ich werde den film auch sehr wahrscheinlich in meine sammlung aufnehmen aber dann muss der preis auch stimmen ich denke so fünf bis sieben euro beziehungsweise wenn er mal in einer multibuy aktion drin ist vielleicht bei müller zwei für 15 euro oder so dann werde ich den film auf jeden fall mal in meine sammlung aufnehmen ja das ist meine meinung zu diesem film ihr könnt mir gerne mal in die kommentare schreiben ob ihr scary stories to tell in the dark schon kennt wenn ja wie findet ihr den film wenn nein werdet ihr ihn vielleicht auf netflix sichten oder kauft ihr ihn euch auf blu-ray schreibt mir all das unten in die kommentare ansonsten würde ich sagen das war's für heute vielen dank fürs zuschauen alle neuen zuschauer lasst mir doch gern ab oder aktiviert auch die glocke damit ihr kein weiteres video von mir verpasst und dann sehen wir uns ganz bestimmt beim nächsten video euer benny ciao ciao